hallo leute mein name ist program hd und das macht was geht okay hallo meine ja hier ich bin es wieder heute zeige ich euch das neue update im bro käfen mit meinem freund der richtig adrox also ihr seht happy new you 2022 ist angekommen und es gibt jetzt was neues für den fahrzeug hier das hier er kriegt er einmal hier auf dem button und danach wird zu sport dann wird zum beispiel auch zum agency oder fbi es ist wirklich mega 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 wir fahren jetzt mal zu einem haus wenn ihr ein privatserver hat oder von jemand anderes ein haus nehmen direkt ohne dass da so ein daumen kommt ob du das haus haben nicht dann nimmst du zum beispiel das haus und hast premium und wollte es im premium haus nehmen so ist hierhin macht das haus weg platz noch mal drauf nimmst mit irgendein irgendein premium haus ich nehme jetzt mal zum beispiel immer das hier ist jetzt einfach ohne timer gemacht wurde es gibt neues item es gibt nämlich ein walkie talkie und wenn man ganz genau hinhört kann ich auch das auch machen was kann ich ich kann ich kann ich auch nicht ganz genau die winterklamotten sind weg und unser heiliger schlitten ist weg unser schöner schlitten leute unser schöner schöner schlitten und der baum ist jetzt auch weg und ich zeige euch jetzt ein neues neues secret dann macht euch einmal einmal klein ganz klein und danach geht sie hier zum rand warte ihr habt gesehen man kann dann an der seite das ist wirklich was nice wenn man genau das macht kann man die ganze zeit so schwimmen ich habe das aber nie so richtig genau deswegen ich habe es gesehen aber man kann es nicht weiter als wir hier so machen jetzt teleporten jetzt gehen wir wieder zum mal zu meinem haus machen das haus weg machen das haus weg jetzt kommt wieder was neues warte mal ich mache mich kurz hoch jetzt ist es ist jetzt jetzt am anfang erst eine bäckerei aber du kannst trotzdem weiterhin hier ändern es gibt neuen filmcode den zeige ich euch jetzt wir bauen jetzt uns ein lambo es gibt neue id da gibt er einmal ein 4 9 2 0 0 1 1 0 6 7 ich weiß nicht ob sie ihr sie hört das ist die neue id die ist seit letztem sehr beliebt und ich mache es jetzt auch wieder aus und es ist jetzt auch noch eine sache neu das tor hier das ist jetzt nicht mehr umgereicht ich habe am anfang dieses kick system kapiert aber man muss den ganzen haben richtig ehrlich Junge Junge wie wie dann bin ich ok und leute jetzt jetzt schaut mal schaut mal jetzt gehen wir mal hier hin jetzt wollen wir mal gucken wo die kamera hier ist das hier ist die kamera dieses kleine ding von dem haus dann und und das ist die kamera von der polizei die hat dann auch da alles im blick geschaut wir fahren jetzt mal schnell mit dem skateboard da hin so wir fahren jetzt mal schnell da mit dem skateboard hin so wir fahren jetzt mal schnell da mit dem skateboard hin so ihr geht auf dem ding switcht um und hier ich habe es euch gesagt und es gibt noch eine neue sache wegen diesem elektronen ding da kommt genau so jetzt habe ich den keycard jetzt habe ich den mal kurz und ich bin jetzt angekommen jetzt machen wir das mal auf ein dem 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 das manche wissen erstmal hier draufklicken euer code eigen euer code ist euer name damian der roger jschel der an dem der der die dem der er so und er 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 so holt ein schlafsack und hier haus 22 das haus das rot im raum ist er geht jetzt hierhin wartet bis das haus noch fertig geladen ist jetzt gehe ich hier an den keller ja so an hier sind jetzt nehmt ihr euer computer wenn er rot anzeigen wenn das jetzt das kommt klickt ihr den button an warte und ein leit hier ein leit hier ein leit hier und so ja nein ne ist das ding hier ne das kann ich das jetzt nicht machen jetzt gehe ich hier drauf klickt das button anschant jetzt passiert ja bisher nichts aber wenn ihr jetzt wieder neu seht warte ne ne Die Sache, was ich jetzt mache, wird er aber wahrscheinlich nicht machen, also zeigen. Ich gehe jetzt hier hin. Place die hier. Ich habe übrigens noch ein Secret gefunden. Hier, da ist ein Zelt da drauf, leite er weg. Geht er drauf, er fliegt. What the heck? Mir hat es noch gar kein Mensch gesagt, aber ich weiß es jetzt. Und wir nehmen uns wieder mein Skateboard. Ja, ja, das hier, aber das ist das Weber. Warte, ich muss mal gucken, wie komme ich jetzt hier hin? Ja, es setzt noch ein Button. Den klickt ihr auch an und macht das so. Jetzt müsst ihr aber noch mal warten, wie immer. So, jetzt kommt erst mal grün. Und jetzt wird wahrscheinlich noch mal rot kommen. Und jetzt müsst ihr hier rein, da rein, dreimal, und recheln, das Licht ist an. Und jetzt müsst ihr noch mal da hoch. So, jetzt müssen wir, jetzt bin ich hier runtergefallen. Jetzt müsst ihr hier, irgendwie so komisch, so. So, jetzt müsst ihr euch hier so rein glitschen. Das ist irgendwie gerade eine Schaue, klappt. Irgendwie so komisch. Und das machen, jetzt klappt's. Ähm, klappt halt nicht. Der wäre aber hier drin. Ich hatte noch eine Idee. Ich hatte eine Idee, wir lesen das hier. Ich sag euch, ich mach noch mal einigermaßen, hab ich jetzt geschafft. Da hinten ist jetzt so ein Kurs. So, dann soll ich hier. Da ist nämlich so ein Kurs. Oh, der führt nach da. Hier. So, nach da. Dann nach da. Und zum Kurs. Würde ich, so. Jetzt wird's noch mal rot sein. Das Ding ist, ihr fliegt dann aus der Decke. Und das ist ja nicht drin. Weil ihr müsst jetzt, jetzt, genau jetzt. Und es können nur die mal ein, die den Game Pass hier haben. Den hier. Den hab ich. Ihr müsst dieses Haus, das letzte, nehmen. Euer Computer. Ihr müsst euch jetzt hier reinstellen. Hier sind jetzt die Crystals. Hier rein. Ja. Jetzt wird's noch mal rot sein. Aber das ist jetzt alles korrekt. Wenn's bei euch überall rot ist, dann habt ihr alles korrekt. Jetzt ist es rot. Jetzt habt ihr alles korrekt gemacht. Jetzt kann ich wieder das Haus was machen. Und ich geb jetzt, ich, ja. Und der Code lautet. Warte. Oh, nee, warte mal. Warte, ich muss kurz zujoin. Hier. Der Code lautet. Ich geb jetzt da rein. Der Code lautet 4539011. Wer das gemacht hat, kommt dieses Film. Der FBI-Film. Das ist der Code. Das ist der Code. Ich geb jetzt. Und... Ja. Anscheinend war hier eine... Die Apokalypse. Ich geb jetzt mal... Das sieht so aus. Bisher gibt's ja auch diesen Bunker nicht mehr. Und jetzt fängt der ganze Film wieder von vorne an. Das war's auch. Kann ich sagen. Ja. Ich kann übrigens leider irgendwie nicht live gehen. Ich würde live gehen, aber es geht irgendwie bis heute gerade nicht. Hier schon. Hier war mal der Besen, aber der wird in nächster Zeit wieder kommen. Okay. Und dann würde ich sagen, das war's für den Medienvideo. Hau rein, Leute. Ciao.